Was ist das? Was ist das? Hm... Er hat einen kleinen psychischen Knacks, mein Freund. Da vorne. Nicht unbedingt gut für die Mission. Zumal wir hier auch gar nicht mehr... bei der Ausführung der eigentlichen Mission sind. Wow! Das Glück ist mit uns! Oh nein! Schieß, Cole! Ja, wen denn? Den da! Netter Schusspartner. Hier lang! Der müsste mir doch sagen, wer schießen soll. Ansonsten, wenn ich schieße, wenn ich nicht gefragt bin, dann... löse ich in der Regel Alarm aus. Schalte du die Patrouille aus. Ich nehme den anderen. Es soll kein Alarm ausgelöst werden. Roger. Welche Patrouille? Ähm... Welche Patrouille? Und welchen anderen? Also da steht einer, aber... Ich sehe hier nirgends eine Patrouille. Ich sehe hier nirgends eine Patrouille. Hm... Teabag! 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 Jetzt habe ich plötzlich ein Nachtsichtgerät. Interessant. Oh mein Gott, das ist wirklich doch fünster da unten. Schalte ihn unbemerkt aus. Wen? Auch den da. Ja? Okay. Unbemerkt ist meine Spezialität. Verdammter Mörser! Das wird ja ziemlich konkret hier. Sag mal, wie kommst du hier klar? Mein Cousin lebt in New York. Er vergoldet jeden Tag fünf Stunden im Stau. Wie man das macht? Das ist nur eine andere Art von Dschungel. Anpassen oder sterben. Da! Seht! Was für eine Scheiße geht jetzt ab? Ey! Wir haben nichts gemacht. Bitte! Sei ruhig und nicht angreifen. Brrsche! Brrsche! Bitte! 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 Bastarde! Ich kenne diese Männer. Ich kümmere mich darum. Kein Problem. Wartet ihr! Nein! Merinov! Verdammt! Freunde! Hallo! Ich bin es, Merinov! ach! Sah, sieht nicht gut aus. Da sieht nicht gut aus. Schalte sie aus! Wir brauchen diesen Arsch lebend! Ah, Mann! Ah, nur weil der unser Kamerad da nicht getroffen hat. Au. Holy fuck! Ja, ich seh nicht... Ah, verdammt! Ich... Ich kann die ja schlecht beide auf einmal töten. Oder vielleicht doch? Von hier aus? Sei ruhig und nicht angreifen. Brrsche! Brrsche! Ich gehe jetzt einfach da oben hin. Schon mal? In weiser Voraussicht? Ich kenne diese Männer. Ich kümmere mich darum. Kein Problem. Warte dir. Nein! Merinov! Verdammt! Ich bin es, Merinov! Hier kann ich mich nicht hinlegen. Das ist bisschen doof. Schalte sie aus! Wir brauchen diesen Arschleben! Möchtung! Ne Amerikaner! Wow, er hat's getroffen. Mehrere Feinde im Hintergrund. Sicher und laden. Nur nochmal sowas hat sie. Töte ich ihn persönlich. Ich zück jetzt lieber diese Waffe. Dieser Platz ist total für den Arsch. Wir müssen weiter nach oben kommen. Da ist noch einer drin. Sag ich doch. Wo ist denn unser Kamerad schon wieder? Ach, da unten gammelt er rum. Immerhin schießt er jetzt auch mal. Und rennt rückwärts runter. Okay. Nein! Ähm. Ey, du stehst mir im Weg. Verdammt! Verdammte Axt! Wie kann man so oft daneben schießen? Oh, was? Oh, wegen dem blöden Merinov da. Sei ruhig und nicht angreifen. Ich probier mal was aus. Was ganz dämliches. Oh, oh, scheiße. Ich sag ja was verdammt dämliches. Oh, was? Mehrere Feinde im Hintergrund. Sichern und laden. Axt, 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 axt. Sie töte ich ihn persönlich. Heh. Das war jetzt aber meine Schuld. Dieser Platz ist total für den Arsch. Wir müssen weiter nach oben kommen. Ich bleib hier. Mir fehlen ein bisschen irgendwie Claymores oder sowas, die ich einfach legen kann. So, als Scharfschütze. Eine Kugel in der Nase. Osterhase. Ich bleib hier, wie gesagt. Ich glaub, der Platz hier ist von der Deckung her besser als der andere. Okay, ich glaub, den einen hab ich getroffen. Ich glaub, ich hab da Blut gesehen. Den hab ich definitiv getroffen. Und zwar in den Kopf. Komisch, wenn ich selbst den Alarm auslöse, dann schaff ich das irgendwie besser als wenn... Wo ist eigentlich der Merinov hin? Begrüßt meinen kleinen Freund. Herausforderung. Interessant. Hört sich ein bisschen versaut an. Schauen wir mal. Wo? Da oben? Ne. Scharfschütze vielleicht. Oh. Fuck. Ja, was ist denn los, mein kleiner Spotter-Freund? Sag doch mal an. Ich geh jetzt runter. Da ist der Merinov. Oh mein Gott. Und Decked. Perfekt. Aber wenn ich den Alarm selbst auslöse, dann schaffe ich es viel eher, die ganzen Soldaten zu töten, als wenn... Rutschen. Weiter gehen. Ich will aber rutschen. Ach man, wie langweilig. Wippen vielleicht? Hm. Okay, mit Physik ist hier auf dem Spielplatz wohl nix. Gehen wir! Alles ein bisschen statisch hier. Mehr reden auf, du blöder Arsch. Ich hasse dich. Zwei. Scheiße, kaum Platz und es wimmelt nur so von Feinden. Drei. Dieser Platz ist immer leer. Keine Ahnung, warum die hier sind. Für einen Einheimischen weißt du wirklich nicht viel. Da ist der Sicherungskasten. Kannst du unauffällig vorbei und die Lichter ausschalten? Wieso machst du das nicht, Arschloch? Nein, wir brauchen ihn noch. Okay, gib mir Deckung. Bereit machen, wenn ich die Lichter treffe. Was immer ihr tut, habt eure Waffen bereit. Wir müssen im Schatten bleiben. Na toll. Also wie ihr seht, hier... Physik ist nicht viel. Fällt nix um oder so. Wo ist denn der Sicherungskasten? Keine Ahnung, wo der ist. Da hinten, vielleicht irgendwo? Es wäre schön, wenn mir mal irgendwie angezeigt werden würde, wo der Sicherungskasten... Ach, da hinten. Okay. Ich leg mich mal kurz hin, damit ich nicht entdeckt werde. Ich muss wirklich persönlich da hinten vorstellig werden. Ja, toll. Da ist einer. Ich kann mich nicht bewegen, aber geht doch. Okay. Ja, so würde ich das auch machen. Erledigt. Carl, zum Ausgang. Gute Arbeit. Wir sind unterwegs. Die kommen auf dich zu. Ab unter den Wagen. Haben die Granaten am Gürtel? Nee, sieht nicht so aus, oder? Andersson, Feinde haben Lunte gerochen und kommen in deine Richtung. Benutze dein Nachtsichtgerät, um hinauszuweichen. Ja, ja, ich hab's doch schon längst am. Ich leg die jetzt um. Warum haben die jetzt bemerkt? Die hatten keine Zeit, irgendwas zu sagen. Verdammt. Medikit vergessen. Naja. Nochmal.